Primo Video Guarig Unite Discusia in Online in WhatsApp, CHE in Skype, Angelo Picone. Ehre sei Gott und Ehre sei Jesus. Ein glücklicher Tag von Samstag, dem 6. August 2022. Diesen Tag möchte ich markieren, weil ein besonderer, besonderer Tag, an dem der Herr zufrieden sein soll, uns die Möglichkeit gegeben hat, alle zusammen erbaut zu werden. Und wenn Sie auf dieser Seite kitzeln, offenbaren des Gesichts. Ich habe auf der anderen Seite den Kopf mit der Schulter in der Glut, um zu sagen, dass Sie Dystonien haben, füllen und nicht zu Jesu Füßen gehen, um irgendein negatives oder positives Gefühl oder Werbung oder anderes herunterzuladen oder dass Sie sich mit jemandem gestritten haben, mit dem Vater, mit der Mutter oder mit der Schwester, die ich habe, mit dem Bruder oder mit der Frau, mit der ich habe, den Ehemann, den ich mit dem Neffen habe, wenn sie wütend auf ihn waren, plötzlich und du hast nicht um Barmherzigkeit und Barmherzigkeit und Vergebung gebeten, weil der Herr ein Ersatzventil eingebaut hat, das unser Unterbewusstsein nur dann von selbst entladen kann, wenn wir nicht zu Jesu Füßen entladen, indem wir darum bitten, verzeihen oder er entlädt sich wie ein LKW und richtet Schaden an, wo er abgeladen wird, an den Füßen, an den Beinen, im Herzen, im Herzen, im Herzen Seele überall herunterladen, somatisiert Krankheiten, die Sie kennen, wenn jemand manchmal an Krebs oder Polypentumor erkrankt, weil er krank wird, weil es ihm gut geht, sobald er untersucht wird und er einen Tumor hat und vielleicht, wenn er diesen Test verspätet bekommt kommt und Sie sagen, dass er es hat, zwei, drei Monate Leben, vier Monate oder ein Jahr oder zwei, aber es gibt ein Heilmittel für alles und das werde ich Ihnen erklären, wenn wir all diese Probleme unserer Angst in unserem kleinen Kopf in ihrer kleinen Schachtel hinterlassen haben, nun bewusst haben wir nicht heruntergeladen, wir waren egoistisch, weil es sich nicht schämt, diejenigen um Vergebung zu bitten, die uns erschaffen haben, weil er mit offenen Armen auf uns wartet und wir wissen, dass es an uns liegt, wenn wir auf uns warten, wie ein Vater, wie ein Vater, den er umarmt, offen und möchte, dass wir zu ihm gehen, um ihn um Vergebung zu bitten, so sehr er uns liebt, dass er uns vergibt, uns hilft, uns unterstützt und uns alles verändert, was nicht funktioniert, uns sogar eine psychische Entladung gibt, die wir sofort von diesem Problem betrachten, Kopfschmerzen oder Zervikale Arthrose oder anderem, dies ist das Hauptsystem des Abflusses, um niemals krank zu werden, während ich die Gründe erkläre, warum Menschen krank werden, selbst wenn sie mitten in einem schönen Morgen von Kopf bis Fuß gelähmt werden können, während sie friedlich schlafen, dass sie abends gesund und munter ins Bett gehen, merken sie den halben Körper gelähmt zu haben und dadurch die Krankheiten auftreten, nennt man körperliche somatische Krankheit, wir selbst haben unseren Körper erkrankt, ohne es als Egoismus zu erkennen, nicht zu Jesu Füßen zu gehen, eines schönen Morgens weckt ja jemand auf und sagt, mein Hals tut weh oder mein Arme, meine Beine oder Lendenwirbelsäule oder manchmal sagt, mein Rücken tut weh, wird vom Arzt untersucht, sagt ihnen, dass ihre Rückenringe gequetscht sind, es gibt viele Krankheiten, die mit diesen psychischen Entladungen auftreten, die wir nicht mehr kontrollieren können, bis wir abends zum Gebet gehen und alles ablegen, unsere Probleme werden wir nie krank werden, weil unser Unterbewusstsein, unser Geist und unser Körper sauber bleiben, gesund und perfekt, aber bis wann wir mit dem Selbst sucht, die wir auf uns haben, wir gehen nicht zu Jesus, um Jesus alles mit Gebet zu Füßen zu legen und um Vergebung zu bitten, wir werden ein Hundeleben voller Krankheiten und Schwierigkeiten führen, ich möchte mich jetzt nicht sehr in die Länge ziehen, aber ich sage, dass zu allem gibt es ein Heilmittel, wenn sie nach einer Krankheit zu Jesus zurückkehren. Erkennen sie, dass sie aus diesem Grund krank sind, wenn sie zu Jesus zurückkehren, wenn sie einen Tumor hatten, müssen sie das Wasser entweder aus der Flasche, die sie kaufen, oder aus dem Wasserhahn kochen, einen Topf mit Wasser kochen, und dieses Wasser darf 24 Stunden nach 24 nicht überschreiten, Stunden du wirfst es weg, wenn es übrig bleibt und kochst es wieder, oder du kannst es nachts trinken, wenn du durstig bist, aber du musst immer rechnen, wann du es kochst, schreibe es. auch wenn du das Wasser abschaffst und nach 24 wirf es weg, wenn es bleibt, dass sie es sowohl sie als auch alle ihre Familienmitglieder verwenden können, und sie werden sehen, dass dieses Wasser ein Krebsmittel ist, um den Tumor zu heilen Polyp, aber es entfernt alle Entzündungen des menschlichen Körpers durch das Trinken dieses Wassers, unser Körper verjungt Blutzellen, unser Körper verdaut Nahrung gut, bevor sie müde werden, weil vor allem das Wasser beseitigt, alle Entzündungen, alle Organe funktionieren zu 100%, und das ist das Prinzip der Heilung unseres Systems als Tumorheilung. Jetzt werde ich erklären, warum Wasser den Tumor tötet, weil abgekochtes Wasser es tut ein halber, dass der Tumor dahin schwindet. Ich erkläre Ihnen die Tumornahrung nur auf Zellen, die im Wasser sind, und ausschließlich Zellen, die im Wasser sind, und da wir die Zellen durch Abkochen des Wassers abtöten, dann hat er keine Nahrung und kann nicht mehr einhalb dieses Additöso in unserem ganzen Organismus erleben, dass es auch kollabiert, als meine Hände, die Sie sehen, sich schließen, werden sie schlaff und trocken, sodass der Arzt die Kontrolle dieses Patienten über die Tumorsituation erkennt. der Arzt ordnet an, diesen Polypen Tumor zu operieren, indem er den Patienten dort sagt, wir taten zwar, bevor er ihm ein Lebensdatum gegeben hatte, ein Jahr Monate Tage jetzt, wo du verstanden hast, dass du dich mit diesem gekochten Wasser von dem Tumor erholen kannst, sobald der Arzt dich operiert und du vollständig geheilt bist, kommt die Schönheit hierher, wenn sie kehren wieder zum Wasser zurück, das sie aus dem Laden auf dem Markt kaufen. ich habe überall, wo sie dieses Wasser kaufen, dieses Wasser trinken. es könnte passieren, dass sie aus der Wunde der Operation sprudeln würden, wo der Tumor war, andere Tumorzellen könnten entstehen, aber nicht nur eins plus, nicht nur ein Tumor, sondern viele Zellen, wie bei den Kartoffeln, die wir unter den Haltenwasser, das sie aus dem Laden kaufen, das sie aus dem Laden kaufen, auf dem Markt, ich habe überall, wo sie dieses Wasser kaufen, trinken sie dieses Wasser. es könnte passieren, es könnte passieren, dass sie aus der Wunde der Operation springen, wo der Tumor war, andere Krebszellen könnten entstehen, aber nicht nur eins plus, nicht nur ein Tumor, aber viele Zellen, wie wenn sie die Kartoffeln haben, die wir unter den Haltenwasser, das sie aus dem Laden kaufen, auf dem Markt, ich habe überall, wo sie dieses Wasser kaufen, trinken sie dieses Wasser. es könnte passieren, dass sie aus der Wunde der Operation springen, wo der Tumor war, andere Krebszellen könnten entstehen, aber nicht nur eins plus, nicht nur ein Tumor, aber viele Zellen, wie wenn sie die Kartoffeln haben, die wir unter den Halten, Küchenschrank im Moment der Not, und nach einiger Zeit diese Kartoffeln, die zu einer bestimmten Zeit ankommen, wenn Münder und dann der Bauer geht, um sie zu säen, und jeder Mund ist eine Pflanze, und ebenso jene Münder, die aus dem Krebs sprießen, und sie würden ruiniere meinen Rad komplett, und fahre bis ans Ende deiner Tage, mit dem Trinken fortgekochtes Wasser, damit sie bis ans Ende ihrer Tage gesund und munter bleiben, abgesehen davon, dass ihr Körper rein bleibt, und die Abwehrstoffe, die wir haben, gestärkt werden, und ich immer jünger werde, wenn sie einige Leute sehen möchten, die ich habe geholfen, und auch an meiner Person, wie sie sowohl an der äußeren Haut haut, als auch innerlich im Körper, in allen Belangen verjüngen, jetzt wo wir das geklärt haben, gibt es noch weitere Infos, wie auch beim Knacken des Fingerdrucks, der Entspannung positiv geholfen werden, kann Gedanken auch mit jeder Technik, die der Herr uns erlaubt zu verwenden, nachdem sie dies gesagt haben, haben sie verstanden, dass der Herr mir die Möglichkeit gegeben hat, jemandem auch aus der Ferne helfen zu können, wenn jemand es braucht, kann mich auch mit Skype anrufen, kann dieses Skype installieren, und darf mich gerne an den Freund, und sie können mir für einen Termin schreiben, denken sie daran, wenn es diesen gibt Termin, müssen zwei Personen dabei sein, einer der mit dem Handy die Anmeldung aufnehmen muss, und ich der den Krankpunkt der Person sehen kann, damit ich sagen kann, wo ich mit den Händen, oder mit dem Ellbogen drücken, oder das Bein heben, muss jeder Arm, oder die Schultern, oder den Rücken knirschen, wo immer sich die Person schlecht fühlt, und mit dem Segen von Gott und Jesus, als wäre nichts passiert, oder bevor oder nachdem sich die Person besser fühlen wird, gibt es keine Terminbeschränkungen, aber alles muss in Gottes Hände und Jesus gelegt werden, immer, wenn du deine Knie nicht vor Gott und Jesus beugst, ist es vergeblich, dass du mich rufst, bleib dort, wo du krank bist, du bist krank, du wirst bleiben, nicht weil ich stolz bin, sondern weil die Praxis so ist, wenn du Gott nicht um Vergebung bittest, wird nicht heilen, denn wenn der Herr mir die Möglichkeit gegeben hat, etwas zu tun, habe ich diesen Auftrag, dass niemand hatte, ich werde heilen, wenn sie jemals vor ihrem Sohn Jesus gut faltet. jetzt, wo wir das auch geklärt haben, möchte ich es nicht mit diesem Video machen, weil ich es in die Sozialarbeit stecken muss, und kleiner ist besser, ich wollte ihnen das nur sagen, wenn sie meine Website www.gesullalozettelmundo.it betreten, finden sie auf dieser Website alle meine Videos, alle meine Kanäle, alle meine Sozialarbeit, meine Telefonadressen und alles Geschriebene, und sie können sich jetzt hier in die ideale Verfassung versetzen, die all diese Informationen vervollständigt für sie. sage ich nur, dass wir versuchen, eine große Klinik in Deutschland aufzubauen, in der alles kostenlos ist, ganz allein jene Menschen, die sich erholen werden, wenn sie die Möglichkeit haben, einen zu verlassen, biete Gradierte der Mission an, also wenn sich in diesen Tagen jemand gut fühlt, während er diese Videos sendet, und während sie mich auf Skype oder in WhatsApp oder auf meinem Telefon anrufen, ist meine Telefonnummer 0049 177 1838 057 und sie werden sich gut fühlen. so werden sie es tun, jedes Mal besser und besser fühlen, damit es keine Missverständnisse gibt, was ich meine ist, dass wer auch immer heilt, in dem er Jesus ermahnt, es in deinen Kopf gesetzt hat, kein Arzt, kein Spezialist wird dir das geben können, einhalb das Gott dir durch Jesus kostenlos und ohne zu geben, als Organe angeschnitten, erkannt zu werden, habe ich gehackt, oder vielleicht ein paar Eisenstücke in den Körper eingefügt, das ist die vorletzte Information, dann wenn immer noch niemand das getan hat, was ich tue, und sie nicht den Tempel Gottes in Jerusalem gebaut haben, wir beten auch dafür, dass wenn es niemand tut, wir werden interessiert sein, wir werden daran interessiert sein, ihn zu bauen, denn wenn der Tempel Gottes fertig ist, wird der Herr den Rest erledigen, jetzt wollen wir Gott und unserem himmlischen Vater und Jesus Christus, seinem Sohn, für alles danken, was er uns heute vollständig angetan hat, diese schöne Aufnahme, ich erinnere sie immer daran, dass wir zu den Füßen Jesu mit dem Geist auf unsere Knie gehen müssen, ich muss mit dem Körper daran denken, die Füße Jesu zu küssen und unseren Vater zu küssen, stellen sie sich ihn immer mit dem Geist vor, wie sie mehr Kontakt und Sicht haben können, und auch gedanklich näher an diesem Eindruck, den du gibst, umso mehr wird dir geholfen werden, vollkommen geheilt, Gott sei das Lob und die Ehre in Christus Jesus, Amen, Vater, Heiliger Gott, Liebe, komm an diesen Punkt, wir kommen hierher, du hast die Füße deines Sohnes Jesus und während wir zu den Füßen deines Sohnes Jesus sind, küssen wir die Füße deines Sohnes und dies für dich, Vater, die Ehre dir, Vater Ehre. Deinem Namen diese großen Küsse, Herr, sie kommt zu dir wie ein süßer Duft, zu dir willkommen, danke, Vater, dass wir auf dich und deinen Sohn zählen können, nicht nur in diesem Moment, nicht nur in dieser Situation der Glückseligkeit, mich in allen Situationen, die von nun an entstehen werden, ja der Feind aller Menschen der Welt, danke, Vater, danke himmlischer Vater, dass wir heute mehr denn je alles, was uns auffällt, zu den Füßen deines Sohnes Jesus deponieren und vor allem etwas in uns hineinstecken können, die Hand innerlich eintreten, die Nase vom Mund, von den Ohren bis zum Augen, überall mit dem Gedanken kann man alle Gedanken machen und göttlich, was immer wir denken, während wir es denken, werden wir mit unserer Mentalität erhört und wir werden alles. Leben haben und wenn wir in unseren Körper eintreten, vernichten wir alles Böse und werfen es deinem Sohn Jesus zu Füßen. Danke, für dieses Gefühl, das du hast, jeder von uns hat gehört, dass wir dir danken, die Ehre sei dir, die Ehre sei deinem Sohn Jesus Christus, unserem Erlöser. Amen, leiten sie es in die gesamte Sozialarbeit ein, und wir können all diese Schriften kopieren und auf unsere Website unter www.gesullalozettelmundus.de stellen.de sie mit dem Online Übersetzer in alle Sprachen übersetzen und das Video in allen Sprachen aufnehmen, das ist unser Ziel für jeden Gläubigen, der die Möglichkeit und Zeit hat, dies für sie tun zu können, finde die Übersetzungsseite auf meiner Seite eeinhalb, um Videos des übersetzten Textes zu machen kannst du. Balabu Elkaa verwenden eeinhalb ein kostenloses Programm heißt Balabu Elkaa, du kannst es im Internet herunterladen, Gott segne uns Frieden des Herrn Jesus. Chilicite emmeteimos terringhttp www.gesullalozettelmundo.it www.chiropratica-reinheim-darmstadt-troverein-la-salute.htm www.chiropratica.com 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 www.mitelmundo.it slash beglittu minus visita minus con minus bank minus numero punkt htm www.mitelmundo.it 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 www.mitelmundo.it